Serge Gnabry war mal, so sagte es zumindest der Trainer, zu schlecht für West Bromwich Albion. Gnabry spielt heute Champions League und West Brom in der zweiten englischen Liga. Auch du warst mal zu schlecht für einen Klub, der heute in der zweiten Liga spielt, allerdings in Deutschland. Du warst nur eine Saison da, hast nur 18 Spiele gemacht und es ist nur ein Tor dabei herausgesprungen. Champions League hast du zwar noch nicht gespielt, aber das könnte sich in der kommenden Saison ändern. 4,39 abgeschlossene Dribblings pro 90 Minuten im letzten Jahr. Fast genauso viele wie Neymar, nur spielst du nicht für PSG, sondern für einen Klub, der in dieser Saison noch kein einziges Spiel gewonnen hat. Dribbeln? Das konntest du allerdings schon immer. Neu ist, dass du nach 12 Spieltagen bereits bei 3 Toren und 3 Vorlagen stehst. Wenn du diesen Schnitt hältst, wird das die beste Saison deiner Karriere. Sollte dein Klub am Saisonende dann trotzdem noch letzter sein, findest du hoffentlich einen neuen. Denn so viel Bling gehört nicht in die zweite Liga. Du bist der Mann mit dem Gucci-Stürmband. Du bist Alain Saint-Maximin.